Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Remember Me. Ja, wir haben uns ein bisschen was über die Charaktere angehört. Wahrscheinlich ist der Charakter, der fehlt, Olga. Was ein bisschen schade ist. Aber naja. Äh, genau. Wir waren ja hier und wir wollten hier... Oh, in den... Wollen wir hier hin? Nein, wir wollen hier nicht hin. Okay, Lagerraum. Warte mal, in dem waren wir. Können wir irgendwo anders noch hin? Nein, wir kommen nicht mehr zurück. Wir müssen auf den Hof. Nur autorisiertes Personal. Ja, ich ähm... Erinner mich. Glaube ich. Oder? Schade, jetzt ist hier so ein Sack und ich dachte, man kann da so gegen treten, aber geht leider nicht. Hm, da liegt der Aschenbecher? Kleine CD? Keine Ahnung. Okay, dann ist das gar nicht der Hof, an den ich mich erinnere. Bei ihm auf irgendeinem Regenhof müssen wir auch noch kämpfen, das weiß ich. Ja, wie wundert das? Hier ist irgendwie so wenig Personal. Ja, ich glaube, das ist der Hof. Wir gucken uns hier nochmal um, ob hier noch irgendwas liegt. Schieb das jetzt einfach noch so ein bisschen raus. Die Wundkriminalität. Beschränkter Zugang. Ach Gott, Kinder werden ja auch festgehalten, beziehungsweise Jugendliche. Ach, dann wollen wir mal Chaka! Ah! Ah, wir können nur dann angreifen, wenn der so im Boden steckt anscheinend. Okay, jetzt explodiert der. Und jetzt können wir... Nein, ich wollte eigentlich... Ach, das klappt irgendwie noch nicht so ganz. Okay, wir müssen ihn auf jeden Fall anschießen. Wir können ihn nicht... Normal angreifen. Okay, das wird jetzt spaßig. Äh, roste in Frieden. Macht Roboter zu Verbündeten, die alle Ziele am Boden angreifen und sich dann selbst zerstören. Äh. So. So. Das war toll. So. Ach, das war schon mal blöd. Oh Gott, warum haben wir so wenig Leben? Ach, Herr Jiminy. Moment. Ähm, unsere Heil-Kombo war XY XY. Warte mal. So, haben wir den kaputt. Das ist jetzt das falsche. X, Y... Na, nein, 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 nein. Andersrum. Y, X. Ah! Y. Nein, andersrum. Komm her. Y, X, Y, X. Ops, owa. Upsalon, ah! Upsalon, ups, ah! Upsalon, ah! So, haben wir den schon mal. Na, seid nett zu mir! Gut, dann... X, Y, X, Y... Okay, Y, X, Y, Ops... Oh nein, hab ich auch noch so ein Fliegeropf? Ja, ach ja, toll. Na, falsche Taste. Na, das war nicht nett. Ähm... Warte mal, kann ich das jetzt mit dir eigentlich auch machen? So, haben wir es? Wir haben es. Okay. Lief doch ganz gut. Kombo-Lab. Jaaa, wir haben eine neue Damage-Impression! Ich hab ja irgendwie das Bedürfnis, die hier reinzusetzen. Und dann machen wir nämlich dann doch wieder... ...die hier zum reinen... ...Heil-Dingsy. Okay. Ja. Gucken wir mal hier. Okay, das ist beides dasselbe. Da sind... ...Reminist-Szenen von Madame. Dann gucken wir mal, was hier ist. Genau das, was ich vermutet hab. ...etwas über die Technologie... ...Können wir hier rein? Wollen wir sie rausgucken? Da arbeiten Roboter. Hm. ...Millen hat outside help. ...I want La Bastille isolated from the network. I've done that ten minutes ago. This must never happen again, Sergeant Vaughn. It's Dr. Quaid's fault. That leech does whatever he feels like in his laboratory. Leave Dr. Quaid out of this. La Bastille's whole reputation was stained by the breakout. Yes, madam. Oh, ein Comeback von Olga. Ich weiß ja nicht. Okay, wir können das benutzen. Hm, ist hier noch was? Schau, die können wir nicht noch mal hören. Ja. Ich sag nicht, als der Kampf mit Madame wird anstrengend. Das ist wahrscheinlich... Ich wusste doch, dass ich etwas gehört habe. Oh Gott, wir haben schon ewig nicht mehr nach diesen Käfern geguckt. Nein, ich will nicht wissen, wie viele wir verpasst haben. Ich sollte mich mal schämen. Da ist auch einer. Kommt das jetzt schon? Ich will es nicht hoffen. Also der Kampf mit ihr. Ne, da ist noch so eine Reminisce. Okay. Ach, da war die. Und was ist jetzt neu verfügbar? Was ist das? Was ist das? Ach, das war nicht nett. So. Ähm. So. Y, X. Aua. Das fand ich nicht. Y, X. Falsch. Ah. X, Y, Y. X, Y, Y, Y. X, Y, Y, Y. Na toll. Ähm. Jetzt habe ich hier dieses blöde... Moment mal kurz. Antivir ist aufgeploppt und meinte, Wehrbogen, upgrade mich. Und das war jetzt über den halben Bildschirm und das war ein bisschen nervig. Ist hier auch noch ein Käfer? Ich hatte in diesen ganzen Kapitel noch nicht einmal nach dem Käfer geguckt. Das ist ahaha. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh Leute, jetzt wird's episch. Oder auch nicht. Sieht alles sehr bizarr aus hier. Trauma. Ich will nicht da hin. Und da ist das super Lied. Da ist ihr Lied. Oh Gott, das Lied ist so gut. Ich habe ein neues Spiel. Ein Spiel speziell für dich. Würdest du das? Eine Prüfung? Eine Prüfung? Du bist nichts in deinem Zeitpunkt von mir. Oh Gott. 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 Pathetick little runt. Oh Gott. 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 Das ... Run, my dad. Run! You can't handle this, can you? So, wir machen jetzt die Combo, damit wir den Cooldown kriegen. Oh, na gut, das machen wir einmal heilen. So, das reicht schon. So, jetzt haben wir das auch voll, dann können wir das wieder machen. Na, eigentlich will ich. Oh, das war jetzt nicht so gut geplant. Na? Na, lass dich nicht treffen. Jetzt kommen wieder die Soldaten, eigentlich irgendwo. Ah, da ist einer. Na, ich will mich eigentlich heilen an dir. Oh Gott, jetzt fliegt da oben auch noch einer. So, also aufladen. So, haben wir das. Ach, hei, jetzt macht sie das schon wieder. Ah, die Musik, die ist so gut. Oh Gott, ich liebe dieses Lied. Wir haben zum Glück keine Zeitbegrenzung bei ihr. Ich will mich erst heilen. Ich will mich erst heilen. Dann heilen wir uns halt an ihr. Na, das war jetzt nicht fair. Ich will mich nicht mehr. Ach, verdammt mich. Ach, verdammt mich. Ach, verdammt mich. Okay. No. Don't fight your desire to worship me. So, und jetzt geht's in Runde 2. Na toll, den Klon finden wir nur... Oh, warte mal. Die hilft mir doch, die echte Anzugreifen, ne? Ja gut, ich fang jetzt nicht an zu raten, weil es gibt ein Achievement, wenn ich es richtig mache. Ach Gott, diese Dinger, den du am Kieks... Oh, okay, ich hab noch 3 Sekunden. Moment. So. So. So, jetzt möchte ich mich erst mal heilen. So. Ich guck hier so die Klappe halten. Dafür, dass ich nichts gelernt habe, mach ich sie ganz schön fertig. Na, weg da, weg da. So, komm runter. So, wo sind die Roboter? Ah, da. Da ist die Echte. Ja, ich bin erbärmlich. Ist in Ordnung. So, erstmal hier wieder Roboter und so. So. Okay. So. Okay, jetzt. Okay. Okay. So. 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 Okay, wir können sie terminieren. Und ein Achievement, ein Achievement, ein Achievement. Das war jetzt schon ein bisschen anstrengend. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir jetzt einen Schnitt. Das hat jetzt auch eine halbe Stunde gedauert. Meine Nerven liegen blank, mal wieder. Aber wenn mein Achievement, Achievement, über das ich mich freue, brauche ich nur noch das eine gegen dieses Viech, was uns so anbrüllt. Aber das kommt noch mal, das kann ich euch nicht. Das kommt noch ein paar Mal. Wenn ich daran denke, schau, lass mich. Egal, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und wir haben Madame besiegt. Bis dahin. Ciao.